Ich habe eine Reise nach Griechenland gewonnen. Ja, klar. Doch, hier. So ein kleines altes Dorf, typisch griechisch. Der Weg ist ganz nice hier. Das ist keine Kratte lesen oder was? Was ist der Name? Herkules. Die Granada ist... ...enchanted. Ja, wenn man sie essen, etwas passiert. Die Granada ist... ...klarat. Die Granada ist... ...klarat. Die Granada ist... ...klarat.